So meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Kogra von Games4GamerTV und heute gibt es ein kleines Unboxing von der GameCapture HD60. Und was da so drin ist, sehen wir gleich. Viel Spaß dabei! So, da schauen wir uns das Ganze auch mal an, die GameCapture HD60, der Nachfolger von der GameCapture HD von Elgato. So, und was da so drin ist, sehen wir jetzt hier. Schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ihr seht hier schon oben links in der Ecke Next Gen. Dafür ist es zertifiziert für die Xbox One, die Playstation 4 und natürlich auch für den PC. Hinten sehen wir noch ein paar kleine Informationen. Ja, das Ganze ist eingepackt. Die Verpackung ist sehr klein, kleiner als bei der GameCapture HD. Wir machen das Ganze jetzt einfach mal auf. Dazu natürlich das Messer gezuckt und die Folie erstmal darunter zu kriegen. Ähm, wie gesagt, die Verpackung ist ziemlich klein. Nicht so wie bei der GameCapture HD. Da war sie doch ein Stückchen größer. So, und jetzt schauen wir uns die ganze Verpackung nochmal an. Das Ganze ist natürlich wieder mit so einem Schuber. Ihr seht's hier. Rausziehen das Ganze und dann habt ihr hier eure Verpackung. YourSkills steht vorne drauf. Ähm, was das so für Anforderungen hat, müsst ihr dann mal gucken. Da steht alles auf der Homepage beschrieben, ob das da für euren PC so stimmt. Müsst ihr da halt selber mal entnehmen. So, holen wir das ganze Ding jetzt mal raus. Das Ding scheint recht leicht zu sein. Ist, äh, ja, von der Größe her ist es auch relativ klein. Hier vorne steht's HD60 mit dem Elgato-Logo. Ähm, dann habt ihr hier natürlich, ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Genau, da habt ihr den Ausgang über HDMI und den Eingang. Genauso wie USB 2.0 und ein Mikrofonanschluss, wo ihr euer Mikrofon dann anschließen könnt. Hinten unten ist es so ein bisschen gummiert, damit das Ganze auf dem Schreibtisch auch richtig sitzt. Hier nochmal so eine kleine, äh, LED-Bar, will ich mal sagen, die nachher leuchtet und sogar euch anzeigt, wenn ihr euer Mikrofon übersteuert. Nochmal kurz in der Größe gezeigt. Das Ding ist wirklich nicht größer als ein Smartphone. Ich, äh, will es jetzt mal mit dem iPhone vergleichen. Mehr ist da jetzt wirklich nun nicht dran. Hier habt ihr nochmal die genaue Beschreibung, ähm, ja, wo was reinkommt. Das heißt, welches Kabel wo reinkommt. Schauen wir nochmal weiter rein. Viel darf hier nicht drin sein, viel sollte hier auch nicht drin sein. Wir haben hier einmal, wir haben hier zwei Kabel, mehr haben wir hier nicht. Und zwar haben wir hier einmal das, ähm, ganz normale USB-Kabel, so ein USB 2.0-Kabel. Da das Ganze USB 3.0 nicht unterstützt, braucht es auch nicht. Läuft so mit USB 2.0 anscheinend auch sehr gut. So, und was haben wir noch drinne? Ein HDMI-Kabel, meine lieben Freunde. Das braucht man natürlich auch, um das Ganze anzuschließen. Ja, das war's eigentlich schon. Mehr ist da nicht drin, meine lieben Freunde. Und natürlich noch ein kleiner Sticker, um nicht zu vergessen, ihr könnt euch auch irgendwo raufklatschen. Ja, meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und ich würde sagen, viel Spaß, wenn ihr euch für die Elgato entscheiden solltet. Und dann, wenn ihr euch für die Elgato habt, gebt.